Hey Leute, herzlich willkommen zu diesem Video-Tutorial, in dem ich euch einen Weg zeigen möchte, wie ihr eure Lightning-Kanäle rebalancen könnt. Und hierfür werden wir das Tool Balance of Satoshis benutzen, was meiner Meinung nach eines der absolut besten Tools ist, die es aktuell gibt, um Kanäle zu rebalancen. Das Tool kann noch vieles mehr, aber heute geht es um das Rebalancing. Vielleicht kurz vorweg, was ist eigentlich ein Rebalancing? Ein Rebalancing ist eigentlich nur eine Zahlung im Lightning-Network an uns selbst. Also wir zahlen Geld an uns selbst, um eben Liquidität in Kanälen umzuverteilen. Also ein kurzes Beispiel, wenn wir zwei Kanäle haben und in dem einen Kanal haben wir nur eingehende Liquidität und in dem anderen Kanal haben wir nur ausgehende Liquidität, können wir zum Beispiel eine Zahlung über die Hälfte dieser Kapazität, also wenn beide Kanäle eine Million Satoshi an Kapazität haben, nehmen wir eben eine Zahlung über 500.000 Satoshi an uns selbst, schicken die durch den Kanal mit der ausgehenden Liquidität raus, und erhalten diese 500.000 Satoshi in dem Kanal mit der eingehenden Liquidität eben zurück. Das heißt, unser Kontostand hat sich nicht geändert. Wir haben vielleicht ein paar Routing-Gebühren gezahlt auf dem Weg, eben nur ein paar Satoshi an Gebühren gezahlt. Insgesamt ist unser Kontostand gleich. Aber nun haben wir die Liquidität eben relativ gleichmäßig auf beide Kanäle verteilt. Und das ist das, was wir mit einem Rebalancing machen. Genauso können wir zum Beispiel Rebalancings benutzen, wenn wir einen Kanal aufmachen, dann ist im Normalfall ja die Liquidität nur auf unserer Seite. Und dann können wir eben diesen Kanal mit einem anderen Kanal rebalancen, um eben über diesen Kanal vielleicht auch Zahlungen empfangen zu können. Und diese Zahlung an uns selbst übernimmt Balance of Satoshis eben für uns. Es gibt uns eine einfache Möglichkeit, das alles abzuwickeln. Und es hat noch so ein paar extra Features, warum ich es eben anderen Rebalancing-Methoden, wie zum Beispiel mit RTL oder eben dem manuellen Rebalancing vorziehe. Ich zeige euch jetzt einmal kurz, wie ihr Balance of Satoshis installieren würdet, wenn ihr einen Raspberry Blitz habt. Wenn ihr keinen Raspberry Blitz habt, dann könnt ihr Balance of Satoshis natürlich trotzdem installieren. Allerdings ist das ein bisschen manueller in diesem Fall. Ich werde in der Videobeschreibung auf jeden Fall die GitHub-Page von Balance of Satoshis verlinken. Dort gibt es eine Installationsanleitung. Balance of Satoshis basiert zu 100% auf JavaScript und Node. Das heißt, ihr braucht eben Node auf eurer Node, also Node.js sozusagen, auf eurer Lightning Node, beziehungsweise auf dem System. Und dann könnt ihr Balance of Satoshis relativ einfach über Docker oder eben halt auch nicht über Docker installieren. Jetzt zeige ich euch einmal, wie die Installation ablaufen würde, wenn ihr einen Raspberry Blitz habt. Ihr öffnet hierfür das Terminal oder eben CMD oder wie auch immer, auf welchem System ihr gerade unterwegs seid, und verbindet euch per SSH erstmal mit eurem Raspberry Blitz. Wenn ihr dann mit eurem Raspberry Blitz verbunden seid, dann, ihr seht hier vielleicht schon, Balance of Satoshis ist bei mir bereits installiert, dann könnt ihr unter Services gehen und unter Services findet ihr dann hier unten Balance of Satoshis. Und bei euch wird dann noch kein Stern sein. Das heißt, ihr drückt einmal die Leertaste, um das Sternchen zu setzen, drückt auf OK und dann wird Balance of Satoshis komplett automatisch für euch installiert. Wenn ihr nicht auf einem Raspberry Blitz unterwegs seid, dann zeige ich euch hier einmal kurz das GitHub von Balance of Satoshis. Dort findet ihr den Punkt Installation, beziehungsweise Install. Und wie ihr sehen könnt, gibt es ein NPM für Balance of Satoshis. Das heißt, es gibt bereits ein Package, was ihr einfach über NPM installieren könnt, wenn ihr Node installiert habt. Und dann könnt ihr es darüber einfach ziehen. Und es gibt tatsächlich auch eine kurze Anleitung, wie ihr Balance of Satoshis über Docker installieren könnt. Das ist vor allen Dingen für Umbrel-Nutzer wahrscheinlich sehr interessant. Ich weiß nicht, ob Umbrel vielleicht auch ein Installationsskript für Balance of Satoshis hat. Da müsstet ihr dann hier vorbeischauen. Wenn ihr Balance of Satoshis installiert habt, dann habt ihr wahrscheinlich auch diesen Menüpunkt hier. Wenn wir da drauf gehen, dann werden wir aber kurz enttäuscht. Denn Balance of Satoshis ist vor allen Dingen ein Command-Line-Tool. Ihr müsst jetzt aber keine Angst bekommen, wenn ihr noch nie mit einer Command-Line gearbeitet habt. Denn Balance of Satoshis ist wirklich super einfach zu benutzen. Und ich zeige euch jetzt, wie ihr das Ganze benutzen könnt. Als allererstes müssen wir erstmal auf das Terminal zugreifen. Der einfachste Weg ist, indem wir hier unten einmal auf Exit gehen und Enter drücken. Und dann kommen wir nämlich in das Command-Line-Interface für unseren Raspberry Blitz. Und um nun Balance of Satoshis nutzen zu können, geben wir hier einfach einmal BOS ein. Wir sind jetzt hier auf den BOS-Genutzer, also auf den Balance of Satoshi-Benutzer gewechselt. Und können jetzt hier verschiedene Balance of Satoshi-Befehle nutzen. Wie gesagt, Balance of Satoshis kann noch sehr viel mehr als nur Rebalancing. Meine absoluten Lieblingsfeatures sind zum Beispiel das Channel-Öffnen mit externen Wallets. Also wir können mit Balance of Satoshis Channel öffnen, ohne dass wir dafür das von L&D benutzte Wallet benutzen. Zum Beispiel könntet ihr von eurer Bitbox direkt einen Channel öffnen. Was BOS auch noch kann, ist zum Beispiel sogenannte Dual-Funded Channels. Das heißt, anstatt einen Kanal zu öffnen und dabei nur euer eigenes Geld zu benutzen, könntet ihr zum Beispiel einen Channel mit Max Mustermann öffnen. Und dabei zahlt ihr die Hälfte der Kanalkapazität. Und Max Mustermann zahlt eben auch die Hälfte der Kanalkapazität. Heute geht es aber um folgenden Befehl und das ist BOS Rebalance. Rebalance direkt erstmal falsch geschrieben. Rebalance. Genau, und Balance of Satoshis Rebalance nimmt erstmal jede Menge Argumente an, also verschiedene Details, die wir quasi festlegen können, Einstellungen, die wir festlegen können. Und um die alle zu sehen, könnt ihr hier einfach minus minus help eingeben. Das ist quasi einmal sozusagen die Dokumentation für diesen Befehl. Und wenn wir jetzt auf Enter drücken, dann kriegen wir hier einmal erklärt, wie wir BOS Rebalance benutzen können. Genau, und das hier sind die Optionen, die wir nutzen können. Wir können zum Beispiel einen maximalen Amount festlegen, der rebalanced werden soll. Wir können avoid, das erzähle ich später noch, was avoid genau macht. Wichtig sind für uns vor allen Dingen in und out. Wir können spezifizieren, welcher in welchem Kanal reingebalanced werden soll, aus welchem Kanal rausgebalanced werden soll. Und wir können vor allen Dingen auch sagen, was soll dieser Rebalance maximal an Gebühr kosten, beziehungsweise welche maximal Gebühr Rate, also quasi die PPM, soll die Route haben, die wir nutzen. Und dazu können wir auch noch Formeln benutzen. Also wir können nicht nur sagen, zum Beispiel der Amount soll jetzt 10.000 sein, sondern wir können eben auch sagen, der Amount soll zum Beispiel 10.000 mal 2 sein. Oder wir können eben auch sagen, balance bitte in Target Outbound Capacity zum Beispiel durch 2, also die Hälfte der Kanalkapazität. Das sind aber alles so ein bisschen kompliziertere Sachen, mit denen ihr später rumspielen könnt, unterschiedliche Formeln nutzen könnt und so weiter. Ich zeige euch jetzt erstmal das Grundmuster. Wir beginnen immer mit dem Befehl BOS Rebalance. Und nun möchte ich sagen, er soll mir bitte aus einem Kanal, den ich habe, zum Beispiel mit BTC21, dem Node von Yoko, möchte ich bitte, dass er da mir etwas Liquidität reinbalanciert. Ich habe gerade eben in, balanciert, reinsendet. Ich habe gerade eben in Thunderhub mal geschaut und ich sehe, der Kanal ist so leicht aus der Balance raus. Aktuell liegen 40% der Kapazität bei mir und 60% beim Yoko. Und ich möchte jetzt bitte das Ganze auf 50-50 gebalanced bekommen. Ich möchte bitte rein in den Kanal, also in den Kanal von mir und Yoko. Und jetzt kann ich hier entweder zum Beispiel den PubGee von BTC21.de, also dem Node von Yoko, angeben. Oder ich kann auch einfach den Alias hier reinschreiben. Und tatsächlich muss ich nicht mal den richtigen Alias hier reinschreiben, beziehungsweise den vollständigen, sondern nur einen distinktiven, also so viel vom Alias, dass BOS weiß, wer gemeint ist von meinen Peers. Das heißt, BTC21 sollte hier auf jeden Fall reichen. Und jetzt kann ich hier auch noch wählen, wo die Liquidität rausgenommen werden soll. Und hier nehme ich einen anderen Peer von mir, der aktuell sehr viel Liquidität auf meiner Seite hat. Und wenn ich das jetzt abschicken würde, dann würde er das einfach mal machen. Ich möchte hier jetzt aber erstmal ein paar Informationen zu diesem Rebalance sehen. Und deswegen sage ich, BOS jetzt, dieser Rebalance darf maximal eine Gebühr, also eine maximale Fee-Rate von einem PPM haben, also einem Millionstel. Das bedeutet, wenn ich eine Million senden würde, dürfte ich nur ein Satoshi dafür bezahlen. Das ist äußerst unwahrscheinlich, dass das klappt. Das mache ich jetzt nur, damit ich quasi einmal die gesamten Informationen über die Routen sehen kann, die mir vorgeschlagen werden, um dann eben zu entscheiden, welche Route ich nehmen möchte, ob es eventuell Peers gibt, die ich vermeiden möchte. Also ich weiß quasi schon im Voraus, dass das jetzt nicht klappen wird, aber es geht darum, dass ich einmal die Rückmeldung von BOS bekomme, was hier eigentlich möglich wäre. Und das lasse ich jetzt einfach mal laufen. Und wenn ich jetzt gleich Enter drücke, dann wird BOS, alle Routen, die BOS kennt, zwischen dem btc21.de-Node und dem Curfew-Node testen. Und das sehen wir jetzt. So, das Ganze hat jetzt ein bisschen gedauert. Er hat sehr, sehr viele verschiedene Routen probiert und hat tatsächlich am Ende mir die Rückmeldung rausgegeben, dass er keinen geeigneten Pfad findet. Trotzdem können wir uns das einmal kurz anschauen, was hier eigentlich jetzt passiert ist. Also wir sehen hier tatsächlich sehr, sehr viele verschiedene Routen ausprobiert. Hier oben haben wir den Befehl quasi losgeschickt. Daraufhin kriegen wir erstmal eine kurze Rückmeldung, was jetzt eigentlich gemacht werden soll. Also wir haben einen Outgoing-Peer, wo wir die Inbound-Liquidität erhöhen sollen, nämlich das Curfew oder der Node von Curfew. Und dann haben wir einen Incoming-Peer, wo wir die Inbound verringern wollen, nämlich BTC21. Also Inbound verringern, beziehungsweise wir wollen, dass die Outbound erhöhen. Und nun können wir hier auch sehen, welche Routen Balance of Satoshis nehmen würde für diesen Rebalance. Also als allererstes mal eine sehr kurze Route, nämlich vom Curfew an die Node 1 von Bitfinex und dann eben an Yokos Node BTC21.de. Und hier kriegen wir die Rückmeldung Temporary Channel Failure from Curfew. Und das kann jetzt erstmal alles Mögliche bedeuten. Temporary Channel Failure ist erstmal einfach nur der Node Curfew, der uns sagt, das kann ich nicht machen, was du mich da fragst. Also wir fragen jetzt letztendlich einfach an. Also wir sagen ja, wir möchten gerne das hier lange routen. Wir versuchen diese Route und der Node sagt, nee, kann ich nicht. Und der Grund hierfür ist meistens, dass Curfew keine Liquidität in Richtung Bitfinex hat. Das können wir von außen nicht sehen. Deswegen probieren wir diese Route erstmal aus und dann sagt Curfew, nee, das geht leider nicht, wie wir uns das vorstellen. Und das liegt in diesem Fall, also wir sehen, dass dieser Fehler hier immer wieder auftritt. Immer, immer, immer wieder. Also es ist immer wieder derselbe. Egal, welche Route wir nehmen und egal, welcher Pier das Curfew nimmt. Also wir sehen auch, BOS merkt sich das dann auch und sagt, alles klar, diese Route müssen wir nicht nochmal probieren. Also wir wissen, zwischen Curfew und Bitfinex LND1 ist nicht genug Liquidität da. Schauen wir mal, welche Peers hat Curfew noch, Coingate, Routing Node LK, LNBIC und so weiter. Und jedes Mal sagt Curfew, nee, das geht nicht. Und der Grund hierfür ist sehr wahrscheinlich, weil das Curfew ist eine Bar, die Lightning-Zahlung akzeptiert. Und die Betreiber dieses Nodes werden wahrscheinlich darauf achten, dass die Liquidität reingeht, weil Leute sollen da ja bezahlen können. Das heißt, sie brauchen viel Liquidität, die inbound ist und eigentlich gar keine Liquidität, die outbound ist. Das wird der Grund sein, warum das jetzt hier nicht geklappt hat. Im Normalfall würde Balance of Satoshis, nachdem es eine Route gefunden hat, dann versuchen zu evaluieren, wie viele Sets über diese Route geschickt werden können und was uns das kosten würde. Und in unserem Fall würde dann am Ende uns die Rückmeldung gegeben werden, dass das nicht geht für die Kosten, die wir eingestellt haben. Weil wir haben ja gesagt, bitte nutze eine Route, die uns maximal 1 ppm an Gebühren kostet. Und diese Zahlen hier hinten in den Klammern sind die jeweiligen Gebühren, die die Nodes eingestellt haben. Also wir sehen, Fee Rate 0,0%, das sind 5 ppm, Fee Rate 0,01%, das sind 125 ppm. Also wir sehen, keine dieser Routen hätte für 1 ppm Gebühr uns dieses Rebalancing machen lassen. Den Vorteil, den wir jetzt hier haben, wir sehen, was die jeweiligen Nodes uns an Gebühren eben auferlegen würden. Das heißt, wir könnten jetzt hier zum Beispiel, wir sehen Donald Duck, liebe Grüße an der Stelle, ist dabei mit 259 ppm, relativ teuer. Ja, und dann könnten wir eben beim nächsten Mal sagen, wenn wir diese, also die Route funktioniert jetzt ja eh nicht, aber wir könnten jetzt zum Beispiel sagen, zusätzlich zu unseren ganzen Argumenten könnten wir sagen, avoid, dann sagen wir Donald Duck. Ich bin mir nicht ganz sicher, ob avoid tatsächlich auch, schauen wir oben nochmal in der Hilfe, mit dem Alias funktioniert. Avoid, tatsächlich nur der PubKey, also zumindest steht es hier. Ich weiß nicht, ob der Alias funktionieren würde, könnte man ja mal ausprobieren, aber ich könnte jetzt hier einfach, weil der PubKey steht eh immer dahinter, kann ich mir Donald nochmal raussuchen, da ist er und könnte mir das kopieren und könnte jetzt hier sagen, bitte avoid, also vermeide, bitte vermeide diesen Node und jetzt würde Balance of Satoshis quasi nur Routen probieren, indem dieser Node nicht vorhanden ist. Und so können wir uns am Ende wirklich möglichst günstige Pfade bauen. Ich probiere jetzt hier nochmal eben ein Rebalancing zwischen zwei Nodes, von denen ich weiß, dass sie sehr nah aneinander liegen und das ist tatsächlich wieder der Donald Duck. Und weil ich weiß, dass da relativ viel Kapazität ist, sage ich jetzt einfach mal, er soll maximal 50.000 Satoshi rebalancen und ich möchte bitte wieder eine maximale Fee Rate von 1 ppm. Und genau, ich weiß, dass die beiden einen direkten Kanal zueinander haben, das heißt, es sollte ein sehr kurzes, ein sehr kurzes Probing jetzt hier werden, wir probieren das jetzt mal aus. So, hier bin ich wieder, ich hatte zwischendurch, habe ich eine Fehlermeldung bekommen von BOS, nochmal Encountered Unexpected Root Liquidity Failure. Ich weiß tatsächlich nicht, was dazu geführt hat. Das kann auch mal wieder alles Mögliche sein, vor allen Dingen, weil es ein Unexpected Failure war. Ich habe dasselbe einfach direkt nochmal probiert und jetzt hat es hier in Anführungszeichen geklappt. Wir haben natürlich wieder eine Fehlermeldung gekommen und zwar diesmal aber die erwartete Fehlermeldung, nämlich Rebalance Fee Rate Too High. Und wir sehen für diese Route, nämlich von Donald zu BTC zu uns, also von Donald zu BTC21 zu uns, wären insgesamt 360 ppm notwendig, weil eben der Kanal von Donald zu BTC21 eine Fehlrate von 260 ppm hat und der Kanal von BTC21 zu mir dann 99 beziehungsweise hier oben auch mal 100, also da schwankt es wohl ein bisschen. Und jetzt sagt BOS uns, alles klar, das können wir machen, aber nur wenn du erlaubst, quasi diesen Rebalance mit einer maximalen Fehlrate von 360 zu machen. Und das machen wir jetzt auch nochmal, aber ich mache jetzt hier einmal den Amount ein bisschen weniger, damit ich dann am Ende nicht so viel Gebühren dort zahle, wobei das natürlich auch wirklich nur wenige Sets gewesen wären. Hätte ich den beiden auch mal gönnen können, aber jetzt ist es so. Ich sage jetzt einfach mal maximal 400, dann sind wir ein bisschen drüber, falls sie ihre ppm nochmal schnell angepasst haben für mich. Und jetzt machen wir das Ganze nochmal. Jetzt kriege ich hier gerade nochmal die Fehlermeldung, dass man mindestens 50.000 machen muss. Das ist eine Sache, die wusste ich zum Beispiel noch gar nicht. Also nehmen wir doch die 50.000, können die beiden sich über die paar Satoshis freuen. So, und jetzt ist der Rebalance auch endlich durchgegangen. Wir kriegen hier am Ende nochmal einen kurzen Bericht darüber, was jetzt eigentlich passiert ist, also Increased Inbound Liquidity on Donald Duck, wie viel wir erhöht haben, beziehungsweise wie viel Inbound wir jetzt haben, wie viel Outbound wir jetzt haben, dasselbe für den BTC21-Node, wie viel wir Inbound und Outbound haben, was insgesamt gerebalanced wurde, nämlich 50.019 Satoshi und was wir dabei an Gebühren bezahlt haben, nämlich 18 Satoshi. Und das ist eigentlich schon alles. Genau das ist Rebalance bei Balance of Satoshis. Es ist wirklich ein super Tool, weil es einem eben so viel Rückmeldung darüber gibt, was gemacht wird, was die Route kostet, welche Hops die sind, die teuer sind. Das heißt, wir können auch wirklich lange Routen bauen. Vor allen Dingen, wenn wir erstmal eine gewisse Erfahrung gesammelt haben mit den Peers im Netzwerk, mit denen wir so verbunden sind, über die wir so rebalancen können, günstige Routen oder welche Nodes wir eben vermeiden wollen, weil sie ein bisschen teurer sind, dann können wir mit Balance of Satoshi wirklich, haben wir eigentlich alles im Griff. Und gerade durch die mathematischen Faktoren, die wir nutzen können, also durch die mathematischen Zeichen, die wir nutzen können, also zum Beispiel Capacity durch 2 oder irgendwas mal 10, können wir hier wirklich coole, verschiedene Rebalancing-Methoden aufbauen, unsere eigene Strategie entwickeln sozusagen. Genau, also Balance of Satoshi wirklich super einfach zu nutzen, obwohl es halt eben nur in der Command-Line funktioniert, aber wie gesagt, ihr müsst da wirklich nicht vor zurückschrecken. Und das war es eigentlich auch schon mit diesem Video-Tutorial zum Rebalancing mit Balance of Satoshis. Ich hoffe, ihr habt was dabei gelernt, ich konnte euch ein bisschen was mitgeben für euren Weg als Node-Operator. Wenn ihr Fragen habt, dann stellt sie auf jeden Fall gerne unten in den Kommentaren. Wenn ihr mehr Tutorials und Tricks und Tipps rund um das Lightning-Netzwerk und Node-Operating haben wollt, dann schaut auf jeden Fall mal in den Kanal rein, da findet ihr noch jede Menge Videos zu diesem Thema und ich würde mich sehr darüber freuen, würdet ihr mir einen Shoutout bei 21 da lassen. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.